Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Desert Online an einem neuen Tag Und ja, wir sollten ja jetzt zu den Anführern der Schleiergetan, oder wie habe ich das verstanden? Oder besser gesagt, die ist von der Schleiergetan, wobei... Hallo? Ähm, oder? Gerade eben ging's doch. So, wir sollen zur, wie heißt der, Anin? Oder der Anin? Ne, sie ist es, ne? Oder? Sie, sie. Anin. Guten Tag. Ich überbringe die Grüße von der, von der Kommandantin, der Schleiergetan, Sarma Anin. Okay. Okay. Mhm. Äh, ihr möchtet also die Dorfbewohner nahe der verlassenen Eisenmine retten? Ach, wir wollen ihnen helfen. Ah, ne, auch wir wollen ihnen helfen. Okay. Äh, die, der Regent. Ne, der Regent. Also, nicht die Regent, sondern, ja. Äh, der, der König, ne, das Königermedia wird derzeit von den, re, was, re, Regenten, von dem Regenten regiert, der als Nor, ne, ne, ne. Aber, ich hab das gestern erst gelesen, wie kann ich's heute nicht mehr lesen. Der, der als Nerudo Shen bekannt ist. Die Geschichte wird, wie es, wie dies geschah, ist lange, lang und an einem anderen Tag besser erzählt. Ihr müsst nur Folgendes über Nerudo Shen wissen. Er ist gerissen wie eine Schlange und sehr gefährlich. Er sucht nur nach Macht und wird all jene vernichten, die ihm im Weg stehen. Media und die Schleiergitter wurden während der dreitägigen Dunkelheit stark geschwächt. Shen nutzte dies als Gelegenheit, um in den Reihen aufzusteigen, bis er der Herrscher von Media wurde. Die Schleiergitter sind das einzigste, was zwischen Nerudo Shen und seiner Begierde nach absoluter Macht steht. Ich fürchte, wir werden nicht wissen, was Shen tun wird, wenn wir ihn in die verlassenen Eisenmine vordringen. Vordringen, doch, vordringen. Ähm, die Kon... Der Kronprinz wohnt immer noch in Altinova. Unsere Handlungen könnten sein Leben gefährden. Ich verstehe, dass ihr wenig Kontakt mit Nerudo Shen hattet, aber sagt mir ehrlich. Denkt ihr, dass er jemand ist, den ihr vertrauen könnt? Die Schleiergitter haben geschworen, ein Leben in Ehrlichkeit und Wahrheit zu führen. Ich habe von vielen eurer Errungenschaften in Kelfern gehört. Er würdet ihr uns ehren, indem ihr an unserer Seite kämpft. Wenn ihr Prinz Beretz trefft, dann den rechtmäßigen Drohntfolger, bin ich sicher. Ihr werdet erkennen, welcher Weg der richtige ist. Ihr könnt euch... Ihr könnt auch einige Antworten finden, nachdem ihr sucht. Ja, ich meine, wir haben ja den Weg gewählt, ne? Nachpress? Ja, das ist ja gut. Ähm, ich hoffe auch, dass dieses war die Aufnahme. Ich meine, die letzten, äh, wie viel? Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die letzten fünf Folgen, die waren ja, äh, äh, voll mit Fehlern. Also, Aufnahmefehlern. Ich konnte da leider nichts mehr dran ändern. Ähm, ich hätte dir das Video in tausend Stücke teilen müssen, auseinanderschieben. Na, ich habe das einfach dann gelassen, weil das dauert ein paar Stunden, bis ich das geschnitten habe. Und, ja. Ich weiß nicht. Ähm. Und ich, ich benutze jetzt auch wieder noch ein anderes Programm, zum Aufbringen. Ja. Ähm, ich benutze diesmal mal OBS. Ich meine, ich stream damit ja normalerweise, aber, äh, ich nehme jetzt einfach mal die eine Folge ja auf. Druck mal, wie sie ist. Wie die Aufnahmequalität ist und diese kurze Testaufnahme, die ich gemacht habe, sah nicht, äh, sah vielversprechend aus. Also, mal gucken. Ich weiß noch nicht, nicht, wie das ist mit, äh, 60 FPS. Das hat zwar funktioniert, ich glaube, ich sollte hier nicht mit Pferd hoch. Aber was soll's? Äh. Nee, ich sollte hier wirklich nicht mit Pferd hoch. Ähm. So, dann gehen wir mal laufen, äh, laufen wir mal hier hoch. Ich meine, selbst ohne Pferd geht das hier sehr schwer. So. Guten Tag. Berede es jetzt dritte. Berede ist nicht weit, aber sie sind anders als wir. Media ist mein. Okay. Ihr seid angekommen, genau wie es Shirare vorhergesagt, vorhergesagt, vorhergesagt hat. Es ist klar, dass ihr der Abenteuer seid, von dem sie sprich, sprach, spricht. Ich vertraue darauf, dass Shirare, äh, euch alles erzählt hat, was ihr über die dreitägige, dreitägige, äh, dreitägige Dunkelheit wissen müsst. Es scheint, dass die Barbaren eine Dunkelgöttin verehren. Wir glauben, dass die Göttin die Hexe Ilesra ist. Ilesra war ein Zauberer, war eine Zauberin aus Targif. Aber wenn ihr, wenn, was? Wenn Ihe, wenn Ihe dorthin reisen wollt, müsst ihr zuerst ein Abzeichen der Schleiergitter erwerben. Leider habe ich keine Macht, euch zu helfen. Narudo Shen benutzt meinen Status als Kind, um seine eigenen, seine eigene Herrschaft zu legitimieren. Ich hoffe, das stimmt noch. Ihr seid hier, weil ihr aus erster Hand die Grollentaten in der verlassenen Eisenmine gesehen habt. Es ist genau so, wie Shirare es prophezeit hat. Ich hätte nie gedacht, dass Narudo Shen die Dorfbewohner unterdrücken würde. Bitte rettet mein Königreich. Es gibt nur noch wenige Schleiergitter und ihre Tage des Ruhms sind lange vergangen. Aber wenn ihr meine Untertanen von ihrem erbärmlichen Schicksal bewahrt, könnt ihr dort jemanden finden, der euch auf den richtigen Weg helfen kann. Was kriegen wir noch? Sesam-Semit. Also ein, ja, Sesam-Böllchen. Gut. Ein Stück Brot. Schafft einige Anblenkungen, indem ihr die schäbigen Holzpuppen in der verlassenen Mine im Bezirk St. Nils zerstört. Aha, wir sollen dann jetzt Holzpuppen kaputt machen. Holzpuppen kaputt machen. Ups. Damit die ein bisschen, äh, ach nee, irgendwas anderes noch. Und noch mehr Ablenkung. Yay. Äh, achso, warte mal. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, das habe ich beim letzten Mal auch vergessen zu tun, man kann hier Ui bearbeiten. Dieser Hauptquest, machen wir jetzt mal hier so weiter runter. Sprechen. Äh. Muss ich das, ich spreche das nochmal als 3, ab so. Lässt die Karte wenigstens voll komplett. Höh. So. Dann auf zum, zur verlassenen Mine. Die nächste Verlassen. So. Ist das hier ein, nee, das ist kein, das ist ein, ein gezähmtes Wert. Okay. Äh. Dann los. Wir sollen also jetzt 50 von diesen, äh, Leuten ermorden, von den Banditen. Oder Banditen, ja, ne. Genau. Und wir sollen 10 von diesen, äh, äh, was ist ja, Holzpuppen, genau, Holzpuppen. Ach so, und ich sollte meine, die werden wieder. Äh. So. Weiß, ein Stahleimer. Okay. Ja, warum nicht, ne. Ich mein, ich müsste auch nochmal, die ganzen restlichen, äh, Tiere, äh, auch rausholen, die ich hab. Also ich hab noch diese Dodos da. Darf ich noch, ich glaub, einen oder so von? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, äh, ich müsste halt nur benennen. Wenn ihr einen Namen habt, das sehen. Oh, Level 52. Yay. Wir sind nicht mehr Level 51. Es sind nur noch, äh, noch vier Level. dann kann ich die Erweckungswaffe benutzen. Also, dauert noch nicht mehr lang. Also, dauert noch sehr lang, aber... was macht der eigentlich da heute mit dem Rohr ein? Hm. Die arbeiten hier. Hm. Na ja. Auf jeden Fall machen wir gut Schaden. Ich weiß noch nicht. Ne, das ist, ist das da unten? Wo sind dann die Holzbocken? Hm. Ja, wir kämpfen hier die Arbeiter, die, den Schürt ist gar nicht. Ich hab fast kein Leben mehr. Wir machen doch ein bisschen Schaden hier. Weißt du nicht, was sie den Schaden haben? Ich glaub, die, die Feuerpfeile schießen, glaub ich. Ja, ich glaub, der hinten, der die Feuerpfeile schießt. Der macht mir so viel Schaden. Hilfe. Komische Kameraeinstellung. Was war das denn jetzt? Was war das? Hä? Was war das gerade? Hat einfach gar nichts mehr gemacht. Was war das? Ja, das ist ja einer, der Magie abschießt. Okay. Ne, Ausrüstung. Ich glaub, das ist aber nicht für mich, also für diesen Charakter, äh, klasse. Da haben wir ja schon 50. Ja, jetzt hab ich kein Mana mehr. Ich krieg halt Mana, glaub ich, nur wenn ich normale Schüsse treffe. Machen wir's ja gleich. Was macht eigentlich der da mit der Trommel rum? Gibt der den anderen dann nur einen Buff, dass die dann schneller laufen oder sowas? Oder schneller eingreifen können? Gut, dann haben wir den Ziel schon mal erreicht. Machen wir noch die hier fertig. Komm schon. So, und jetzt, wo sind die Holz... äh, Puppen? Hier vorne. Hä, ist doch keine Holzbogen. Hä? Ich kapier' nicht, was soll ich hier jetzt? Ist noch nicht der, ist noch nicht der Quest, oder? Das sind keine Holzbogen hier, oder? Hä? Oh, ich hab'n Schneeball gefunden. Geil. eine Armbrust? Ah, fünf Schütze. Der Schütze hat eine Armbrust. Ach, stimmt, gibt ja auch die neue Klasse Schütze, aber, hä? Was für ein Quest ist das hier? Bearbeiten? Was? Was ist das hier? Äh, unter Barbaren in der verlassenen Eisenmine. Wenn ich 500 Kill, krieg ich den, oder was? Okay. Da sag' ich nicht Nein, oder? Da sag' ich jetzt nicht Nein. Es dauert zwar jetzt ein paar Jahre, bis es fertig ist, aber, ich meine, steht auch nicht, wie viel Zeit ich dafür hab', also. Hm. Weiß auch nicht, ob ich da weiter rein... Ziehen die auch alle da hin? Und ziehen auch alle. Für mich fand er das aber doch schon ein bisschen viel, ne? Aber der ist, glaube ich, schon ein bisschen was wert, ja. Und ich glaube, der bringt mir auch was in Rüstung. Wenigstens ein bisschen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht der so aus wie einer, den ich, glaube ich, nicht wundervoll. den ich immer finden wollte. Oder den ich auf jeden Fall mal in Ketol, oder in der Guide gesehen hab', den der nicht schlecht sein soll. Sag' mal. Wie macht der elf? Ja. Aber der ist auch, glaube ich, schon verbessert. Also der ist schon verstärkt, wegen diesen zwei Strichen. Also ich kann da, ja. Hm. Dann konnte ich jetzt gerade schon wieder nichts machen. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt dauert. Und ich weiß auch nicht, ja, 19 Minuten sind wir jetzt schon wieder. Ich weiß jetzt nicht. Ach, das ist jetzt schon wieder 10 Uhr nachts. Hä, warte mal. Kadeben war doch Tag. Kadeben war doch Tag. Kadeben war Tag. Das ist jetzt schon wieder Nacht. Egal. Äh, ja, ich, ähm, würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ich nehme das jetzt auf, weil ich weiß jetzt nicht, weil das ist ja einfach nur jetzt 500 Leute gelten. Ähm, aber ich würde sagen, die Folge, ich mache jetzt nur 20 Minuten, ein bisschen weniger als 20 Minuten, ich würde mal sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge, äh, gucken wir mal, was dieses, äh, Amulett da mal kann. Und dann, äh, Sag ich mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ähm, ja, ich habe jetzt schon, äh, 40 Minuten am Stück hier gekämpft. Und, ja, die, äh, wenn ihr die anderen 40 Minuten, ungefähr 40 Minuten, hören wollt oder sehen wollt, der Link ist in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infocard oder am Ende vom Video in der, ähm, ja, ist es, im Abspann. Oder, äh, ja, in der Place das nächste Video. Ja, da finde ich euch noch viel Spaß für die letzten paar Minuten vom Video und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Tschüss. Weil ich dir jetzt nichts mehr abmodulieren. Weil es ist schon alles aufgenommen und ich würde es jetzt gerade im Nachhinein nachsynchronisieren, weil ich das nicht gesagt habe. Und ich wusste, wie ich es mache. Und ich wusste, wie lang es geht. Ja, genau. Also dann Tschüss. Ach ja, und ich bin Level 53 geworden, wie man vielleicht sieht. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen in der Folge. Dann, aber wirklich jetzt. Tschüss. Noch zwei. Noch ein. Wir haben es. Und tschüss. Ich glaube, wenn ich hier hingehe, bin ich sicher. Okay. Gut. Dann, ja, habe ich es? Ich habe was haben wir denn? Mein Inventar ist fast voll. Huff, okay. 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 Und dann, okay, okay. Das war's für heute.